Der Virologe Kekulé hält die dritte Corona-Welle für die letzte. Der Wissenschaftler sagte MDR aktuell, bis zur theoretisch vierten Welle im Herbst habe man die Sache im Griff. Die Fallzahlen würden jetzt zwar weiter ansteigen. Er glaube aber nicht, dass sie bis Mai über den Inzidenzwert von 2000 ansteigen würden. Diese Zahl hatte die Zeit unter Verweis auf eine Studie des Robert-Koch-Instituts und der TU Berlin veröffentlicht. Kekulé ist der Ansicht, dass es weniger Corona-Tote geben wird als in den Wellen zuvor. Gründe seien die häufig jüngeren Patienten und eine schnellere Verlegung auf Intensivstationen. Der Virologe glaubt außerdem, dass nach der Welle genügend Schnelltests verfügbar und die Zahl der täglichen Impfungen weiter gestiegen sein wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017